Spätestens seit den strengen Maßnahmen in Hermagor spricht jeder von ihr. Die 7-Tage-Inzidenz. Doch welchen Wert zeigt sie überhaupt an? Diese Zahl gibt an, wie viele Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen geschehen sind. Damit die Daten vergleichbar sind, wird dabei auf die Anzahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern zurückgerechnet. Auf dieser Basis lässt sich dann sogar das Infektionsgeschehen einer Großstadt mit dem in einem Bezirk wie Hermagor vergleichen. Dort macht es sich am Wochenende übrigens eine erste leichte Verbesserung bemerkbar. Die 7-Tage-Inzidenz ist gesunken. Die Ausreisekontrollen, die im Bezirk Hermagor ab heute gelten, sollten eine weitere merkliche Verbesserung bewirken.